Hey und willkommen auf meinem Kanal. Marcel darf es erstmal. Heute spielen wir noch in der Rusty Phobia mit der Flami. Servus. Hallo. Ich würde sagen, gehen wir gleich in die Runde wieder. Die Musik ist geil. Bist du da? Wo bist du Flami? Ähm, ich weiß es nicht. Jetzt bin ich in den Wald. Ja, ich bin auch hier. Ja, hallo. Ich muss mal ganz kurz die Grafik runterschrauben. Der Trump? Wie geht es Ihnen denn? Trump? Der ist Trump bei mir. Der ist doppelt so sicherer. Oh nein. Hallo Trump. Wollen wir reden? Marcel, ich warne dich. Wenn ich mich einmal erschrecke. Wo willst du? Dann bist du tot am 27. Dezember. Ähm, okay. Geschenk. Ähm. Ah, es hängt. Wollen wir ja, schütze ich. Der ist ein Stein. Wir müssen Geschenke und Geld haben wir gleich. Und das Donald Trump geben. Ja, wir müssen es geben müssen. Wir müssen es hören. Wo willst du denn das hin? Hallo. Bist du das oder Monster? Oh, Kido. Jetzt hat ich mich irgendwo reinbacken. Noch ein Büder. Och nee. Oh, ich kann keine Hoffnung. Oh, jetzt lasse ich mich hier schon wieder rein. Okay, die macht Saltos. Entschuldigung. Ey Marcel, ich sehe dich. Da vorne, die macht Saltos. Pass auf. Ich kriege mein Gefängnis. Die macht Saltos. Wie die macht Saltos? Schau, die macht den Saltos. Die sind voll Saltos gemacht. Ähm. Ja, die macht den Saltos. Entschuldigung. Wollen wir da hingehen? Was sterbt? Geh mal hin. 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 Doch. Dann geh und du mit. Okay. Hallo? Haben Sie Kekse? Hallo? Ich hätte gerne Kekse. Die machen alle Saltos. Guck mal hervor. Was hieß denn Saltos? Was? Renn. 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 Ich stehe mir, du. Du, du Hund. Renn. Dann mach ich mal hinterher. Was? Renn, renn. Was sei du? Hilfe. Okay, er ist weg. Er ist weg. Guck mal, ich tut es gut. Er ist weg. Warte, ich bin witzig. Du musst die Pakete aufsameln. Lass, komm komm. Wollte ich gleich. Oh, das ist gut. Warum ist eigentlich hier Donald Trump? Oh, das ist gut. Das ist so ein Meme-Gamer. Ach, wer ist das denn da hinten? Warum machen die eine Saltos? Du gezahlt das. Hast du ihn, Alter? Weil sie auch schon wie ein Squid-Game. Die Scheiß. Die eine Pumpe da. Ja, nur gibt es gar nicht. Ja, wo ist das? Man muss das doch unbedingt Wald auswählen, da gab es voll viele Sachen. Aber ich will mal Wald aus. Nein, also musst du auf einer Sprung wählen, weil hier ein anderes Spiel ist. Ja, als der Spieler werde ich definitiv... Ja, ich muss nicht... Ich hab schon wieder... Oh, ich stehe hier schon wieder. Hilfe! 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 Steam, öffne dich! Steam verschließen! Wenn ich mal Schatten drücke, geht auf die Sicht der Steam. Dann pack ich auf einmal... Stehen auf einmal! Geht es hier auf Birken? Ja, ja. Ja, ja. Jeder so... Normalerweise sucht Geld oder Kissen oder sowas. Wir müssen die Schenke suchen. Ich frage mich, ob es Birkenbeine gibt. Ich weiß! Schau mal bitte zu mir. Nein. Doch, die werden einfach abgeschnitten. Das habe ich schon längst bemerkt. reh hoch und schlafen. Geh deine Geschenke nach, bitte. TÜ lö 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 disciple! Sturisch auf eine Musik geht. Sturisch in den книg弐ine zu veröffentlichen. H Любos und Tool. Ist auch ein Schwarzwald oder sowas. Ja, ist ein Schwarzwald. Ich kenne jetzt seine Geschichte, aber... Ich kenne die Geschichte auch schon. Jetzt läuft es aber flüssig, nachdem ich die Grafik komplett low gemacht habe. Low. Low game. Low game. Wo ist du? Die haben gerade geschrien. Ich glaube, ich war gerade... Ich will nicht hingucken. Ich will nicht hingucken. Ich will nicht mehr so sagen. Das ist keiner. Ich will jetzt viel, ich komme jetzt hier. Ich stehe gerade im Wald herum. Ich komme jetzt hier. Es ist sicher einer hinter dem Baum. Ich komme jetzt gleich. Nicht ein bisschen gleich. Mit. Wir sind zu Hause und bieten ein Schluck Kekse an. Weißt du? Kekse und Bier. Woran? Was ist hier? Ja, super, Masse. Wo ist denn das? Sitzelvögel. Rieselvögel. Du bist ganz schön leiser heute mal wieder. Echt? Ja. Nö. Aber ich will auch nicht mehr laut spielen. Sollte es sein. Ich habe hier... Ja, das ist hier gut. Eigentlich. Aber ja. Furcht. Der ist ein Zaun. Der ist ein Zaun. Der ist ein Zaun. Der ist ein Zaun. Hallo. Hallo. Der Schlimmer ist auf Russisch. Hilfe mal. Ja, das Spiel hier auch. Mit dem werde ich vielleicht auch noch aufreffen. Hey, da ist ein roter Knopf. Bitte mal. Ich habe ihn gedrückt. Es passiert nichts. Ich höre keinen Ton. Ich höre gar nichts. Ich sammle kein Geschenke, Geschenke, Geschenke. Das Spiel hat Standbild. Irgendwas wird jetzt gleich passieren. Was könnten wir denn jetzt tun? Darum muss ich auch einen roten Knopf drücken. Weil das war eine Max-Knappe zu drücken. Ja, eigentlich nicht. Oh, das Spiel ist abgestürzt. Echt? Ja. Schick. Geil. Oh, man drückt einen roten Knopf, denkt sich nichts Böses und das Spiel stürzt auf. Oh, f***. Ja, jetzt habe ich dich allein gelassen. Was ist das? Was denn? Was? Was ist das? Was ist das? Das ist Apfel. Das ist gut. Ja, das ist Apfel. Was ist das? Aber ich gerade, weil ich den roten Knopf gedrückt habe, irgendwas beschworen und bin dann abgehauen. Das könnt ihr nicht schenken. Keine Ahnung. Ich habe ihn multiplayer noch nie geschult. Oh. Oh, das ist mir diese Frau. Danke. Tschüss. Was ist das für ein Spiel? Ein witziges. Oh. Gasse. Halt, wie geht es Ihnen? Kann ich Sie überhaupt noch mal nachschauen? Geil. 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 Lauf, 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 lauf. Was? Lauf. Lauf, was ist das? Lauf. Lauf, Boris, lauf. Was geht die gerade bei dem ab? Lauf, das ist schlimm, Fisch. Lauf, das ist schlimm. Hast du dir die Puppe gesagt? Die Puppe sagt, die schaut aus in die Puppe, weißt du? Puppe? Ja, dieses Skidgapuppe, ja. Ich kann dir nachschauen, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Lauf, du träumst das nach sofort. Ich will nicht. Doch. Ah, ne, diese Puppe, die sagt, die schaut aus in die Skidgapuppe, weißt du? Ja. Das war so in der Tasche. Da bin ich gerade hingegangen, mit ihnen in mir. Hab sie engst an mit der Tasche, die gehen mir jetzt in die E-Grant. Auf allen vier. Ähm. War das wieder bürgerl, witzig. Ja, ach ne, jetzt reden Leute mit mehr Russisch hier drin. Ja, Russ, ja, Russ, ja. Russisch in Roten, Skidgap. Das ist nicht Skidgap. Ja, wer hat das? Ähm. Vielleicht kappert er uns gerade. Ja. Die beiden gucken mich gerade an und reden eine Sprache, die ich nicht verstehe. Wie war es, die Spiele sind das? Hilfe! Das ist echt die Spiele, oder? Ja. Ja. Aber die sind die EU und kommen die EU. Ne, 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 ich spiele es nicht mit euch. Nein, ne, ne. Ich verstehe die Sprache nicht. Bruder, wir müssen uns anfragen. Ich kann ja nicht nachschauen. Da muss ja rein, weiter spielen. Auch schön, danke, Flamie, dass ich verlassen, danke. Das kann ich dazu, ich habe nur einen roten Knopf gedrückt. Dann drückt keine roten Knöpfe mehr. Aber, ist rot. Aber nein, dann drückt es doch keiner mehr. Nein, es ist böse. Böse Flamme. Marcel, teile mir mal dein Bildchen, bitte. Ich will das sehen. Sollte ich dir die Flamme haben, bitte. Die München teilen. Ah, dann falsch. Guck mal, ich komme immer gut aus den Sachen raus. Ja, ich merke es. Ich freue mich schon auf die Kommentare. Warum macht ihr alles haltlos? Weil wir haben die keine gemacht gehabt. Weil wir machen die alles haltlos. Komm mal, wie viel Butter für mich. Wir rennen über den 300, komm mal. Oh, ich lehne mich jetzt. Mach euch. Ey, können wir so Videos immer trainen? Jetzt macht es aber Spaß. Das ist ganz sicher. Wir rennen schon jemanden gleich in die Arme. Die auch null Angst hat, gell. Ja, ich glaube nur. Ich schreie schon, ich habe auch schon Angst. Ich sage nur, ich kann meistens nur gucken, wenn ich mich hinterher renne. Ich kann auch zu sterben. Es ist krank, es sind Baunschlungen. Stammt. Ich muss noch mal rennen, reinrennen. Ja, okay, mach. Ich möchte mal wissen, was passiert, wenn du den Monster rein rennst. Hallo, BigFoot. Oh, fuck. Oh, der Trunkenball kommt. Das Spiel ist geil. Okay. Noch hast du das Spiel gerade. Oh, fuck. Verpiss dich. Verpiss dich. Oh. Vor allem die Typen vorhin hat sich richtig gefreut, dass es noch mal in der Nacht scheint, weil ich kann halt einfach kein Russisch reden, da habe ich nur irgendwas mit, ich glaube, Land oder sowas verstanden. Musst du so, Skedo fragt. Skedo hat dir gesagt. Das war bitte nicht guter Arschkampf. Ja, genau. Oh. Ist jetzt das Thema gebrochen, was soll denn der Scheiß? Was? Nichts, nichts. Sprich, ich habe fast doppelt viel, sonst würde ich so viel schenken, oder? Ich will heuer raus kommen, und ich sage, bitte hilf mir. Leute, wenn ihr mir helfen wollt, abonniert und liken. Kappa. Nein, das ist... Oh, 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 oh. Nee, ist das immer nicht. Zumindest ich nicht. War ein Choke eigentlich, oder? Ich bin... Ich bin... Ich bin gemobbt. Wirst du dich jetzt gemobbt? Lass mich einfach allein. Was soll ich machen? Jetzt rennen wir in den Elen rein. Ich bin die. Ich bin... Ich bin... Ich bin entonces... Hilfe! Das Kugel rennt nach oben. Oh scheiße. Der geht, der schwebt mir noch. Ich hab's geschafft, hoffentlich. Hoffentlich. Dann mal. Ja. 19 Minuten gibt mir die Aufnahme. Ich glaub dann musst du zu McDonalds. Äh, McDonalds genau. Ich wollte Donald Trump sagen. Nach dem Aufnahme gehen wir zu McDonalds. Für mich genug Geld. Kauf uns einen Happyman. Und passt das schon. Ich wollte McDonalds sagen. Ich wollte Donald Trump sagen. Sag einfach was McDonalds. Ja, hier ist ja kein Unterschied bei dir. Puh, Alter. Da bei so Sachen musst du aufpassen Marcel. Entschuldigung, ich gehe weiter. Ah, heißt? Nächste Woche Anzeige von Donald Trump kommt schon. Ist schon laufen, weißt du? Ich hab nichts gesagt. Ich. Ich. Du 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 du. Wie Donald Trump aber auch nichts macht, ne? Da steht er in dem Auto und guckt dazu. Hat er die Knarre darin? Vielleicht bin ich ja auch explodiert und das bin ganz durch das Spiel geschlossen. Bei dem roten Knopf. Du bist explodiert, bam. Weiß ich's nicht. Oh. Oh fuck. Wer hört der Typ? Komm. Weil's dir durch den gehen kann. Okay. Ja. Marcel, der mag dich halt. Ich. Er kann mich mal. Ich mag ihn aber nicht. Du sagst, er spielt ja nicht. Ich weiß leider. Jetzt. Vollstes Risiko. Renn. 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 Geh mal. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Gewonnen. Sieg. Ja. Ich war alleine, weil ich nicht da war. Ich hab gewonnen. Wir machen heute nochmal einen Versuch, wo ich mal drauf gehen möchte. Aber. Das war's. Gewitter mit der Folge. Und bleiben möchte ich was sagen. Ja. War spaßig dir zuzusehen. Glaub ich's auch. War's. Dann. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Was auch immer. Schönen Abend, Tag, Mittag. Was auch immer. Ich sage tschau Leute.